Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsadaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Chart Flash für Montag, den 7. Februar. Gut, wir beginnen direkt mit dem S&P 500 im hier vorliegenden Tagesschart. Wir sind seit dem Verlaufshoch bei 4.595 Punkten hier am 50er EMA abgeprallt und dann wieder zurückgekommen, haben hier also eine Abwärtskorrektur durchgeführt und sind dann am Freitag hier im Bereich des 10er EMAs bei 4.500 Punkten aus dem Handel gegangen mit einer bullischen Tageskerze mit einem weißen Kerzenkörper und einem langen oberen und unteren Schatten, der hier auf einen Verlaufstief hindeuten könnte und in der Folge dann einen erneuten Anstieg. Sollte es zu einem Anstieg kommen, wir notieren vorwürstlich etwas höher bei 4.513 Punkten, dann wäre zunächst einmal hier mit einem Hochlauf zu rechnen zum 50er EMA, der aktuell bei 4.580 Punkten ungefähr notiert und erst bei einem Durchbruch über den 50er EMA würde sich die Lage dann für den S&P 500 wieder aufhellen und wir dürften dann höchstwahrscheinlich Kurs nehmen auf die steigende Unterstützungslinie hier im Bereich von ungefähr 4.650 Punkten. Steigen wir hingegen nur leicht über den 10er EMA an und rutschen dann wieder ab, dann wäre die nächste Anlaufmarke hier der 200er EMA, aktuell bei 4.400 Punkten ungefähr und darunter dann hier die Unterstützung im Bereich von ungefähr 4.300 Punkten. Gut, wir kommen dann zum Wochenchart im S&P 500, da sind wir in der Vorvorwoche hier an dem 50er EMA nach oben abgeprallt, wir hatten hier einen Verlaufstief gebildet bei 4.222 Punkten und in der Vorwoche sind wir dann hier mit einer bärischen Wochenkerze aus dem Handel gegangen, mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper, insofern könnten wir möglicherweise noch etwas ansteigen hier, aber sollten dann höchstwahrscheinlich das Verlaufshoch ungefähr bei 4.600 Punkten nicht mehr überschreiten und dann wieder nach unten abprallen und letztendlich dann erneut hier den 50er EMA im Wochenchart bei 4.340 Punkten ungefähr nach unten durchbrechen. Können wir über 4.600 Punkte ansteigen, dann wäre hier die obere Trendkanalbegrenzung bei ungefähr 4.750 Punkte die nächste Anlaufmarke. Gut, dann machen wir weiter mit dem Euro-Dollar. Der Euro-Dollar befindet sich weiterhin in einem Abwärtstrend, dieser könnte aber nun vor einem Trendwechsel von Short auf Long stehen und wir sind hier nämlich vorher über den 10er EMA angestiegen, das ist ja hier die übliche Korrekturmarke bei einer Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend. Allerdings konnten wir hier dann nachhaltig nach oben durchbrechen und auch den 50er EMA überschreiten, sowie die steigende Unterstützungslinie hier, diese gestrickelte grüne Linie nach oben durchbrechen und notieren aktuell im Bereich von 1,143 Dollar ungefähr. Zudem steht der 10er EMA für einen Durchbruch über den 50er EMA. Das ist eine ganze Weile her, dass es hier stattgefunden hat. In den vergangenen Monaten lief der 10er EMA stets unter dem 50er EMA und auch damit würde dann ein Long-Signal generiert werden und dies könnte dann dem Euro-Dollar weiteren Auftrieb geben. Also solange wir nun hier über der steigenden Trendlinie und über dem 50er EMA notieren im Euro-Dollar, ist dann eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen, wobei dann die nächste Anlaufmarke hier, der 200er EMA im Bereich von 1,157 Dollar aktuell wäre. Gut bei den Einzelwerten, da kommen wir nun zu dem Wert Apple. Apple ist hier im steigenden Trendkanal unterwegs seit mehreren Monaten und wir hatten hier im Verlaufstief bei 154,70 Dollar genau die untere Trendkanalbegrenzung erreicht, sind dann hier wieder nach oben abgeprallt und haben dann wieder eine Aufwärtsbewegung eingeleitet. Zunächst konnten wir dann den 10er EMA nachhaltig nach oben durchbrechen, auch den 50er EMA nach oben durchbrechen und auch hier ist es dann zu einer Überschneidung gekommen, zu einer bullischen Überschneidung des 10er EMAs über den 50er EMA und die kurze Abwärtsbewegung der Vortage lief bisher auf jeden Fall direkt hier am 10er EMA aus mit dem Tagestief und wir könnten nun möglicherweise dann vor einem weiteren Anstieg stehen, also hier dann weiter hochlaufen und dann erneut Kurs nehmen, langfristig auf die obere Trendkanalbegrenzung, ungefähr im Bereich von 190 Dollar. Gut und damit wären wir dann wieder durch mit dem ING Markets Chartflash für den heutigen Montag. Ich melde mich dann am morgigen Dienstag wieder mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen einen schönen Wochenbeginn und viel Erfolg noch im heutigen Trading. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.